Moin meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. In diesem Video möchte ich euch ein paar Dinge erläutern, woran es liegen kann, wenn euer Geschirrspüler kein Wasser nimmt. Als ersten und wichtigsten Punkt kontrolliert bitte zuerst den Zulaufhahn von eurem Geschirrspüler. Sehr häufig verkalken diese Eckventile. Das hat man meistens nicht so auf dem Schirm, weil man direkt denkt, irgendetwas ist am Gerät defekt. Wie das kontrolliert wird, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Das ist wie gesagt ein sehr sehr häufiger Punkt und dann wäre es schade, wenn man das ganze Gerät auseinander nimmt und im Endeffekt liegt es nur am Wasserhahn. Als nächster und auch sehr wichtiger Punkt kommt es immer wieder vor, dass sich Wasser in der Bodenwanne des Geschirrspülers befindet. Dann darf natürlich auch kein neues Wasser genommen werden. Das erkennt ihr daran, dass euer Gerät meistens eine Fehlermeldung ausgibt oder piept und vor allen Dingen die ganze Zeit abpumpt. Meistens sogar, wenn ihr die Tür öffnet, auch dann wird weiter abgepumpt, dann habt ihr in den Geschirrspülern hier einen kleinen Schwimmerschalter. Das ist eigentlich nur ein kleiner Mikroschalter, der einen Kontakt unterbricht. Also ist es auch wichtig darauf zu achten, dass an diesem Mikroschalter die Verkabelung richtig angeschlossen wird. Dieser Mikroschalter arbeitet als Öffner. Wenn hier der Kontakt unterbrochen wird, dann erkennt das Gerät Wasser in der Bodenwanne und würde sofort mit den Abpumpen starten. Das ganze funktioniert relativ einfach. Eine kleine Styroporscheibe ist unten in der Bodenwanne eures Geschirrspülers. Wenn sich hier Wasser befindet, schwimmt dieses Styropor nach oben und schaltet diesen Mikroschalter, unterbricht somit den Stromkreis und dann wird letzten Endes nur noch abgepumpt und euer Gerät kann kein neues Wasser nehmen. Natürlich solltet ihr auch schauen, ob euer Gerät überhaupt anständig abpumpen konnte, denn wenn noch Restwasser im Gerät drin ist, darf auch wiederum kein neues Wasser genommen werden, dann sollte wiederum die Ablaufpumpe kontrolliert werden. Habt ihr das alles gecheckt und euer Gerät nimmt dennoch kein frisches Wasser, dann schraubt als nächstes euren Zulaufschlauch. Hier habe ich mal einen Aquastop-Schlauch, hier befindet sich ein Magnetventil drin, am Wasserhahn direkt ab. Schaut hier oben hinein, hier befinden sich kleine Siebe drin, auch wenn diese Siebe verschmutzt sind, kann euer Gerät kein Wasser nehmen. Damit kommen wir dann schon zum nächsten Teil, sind auch die Siebe sauber und ihr habt euer Gerät erst neu eingebaut. Kann es natürlich auch passieren, dass ihr beim Reinschieben, also dem Einbau des Gerätes in die Küchenzeile, aus Versehen diesen Schlauch geknickt oder gequetscht habt. Das passiert zwar etwas weniger, aber dennoch sollte man auch diese Möglichkeit ausloten und einfach mal nachschauen, ob vielleicht dieser Schlauch irgendwo geknickt ist und deswegen die Wasserzufuhr behindert wird. Als nächstes kann natürlich auch dieser Aquastop selbst kaputt gehen. Hier drin ist ein kleines Magnetventil, das ist jetzt ein Modell von Bosch, Siemens, Neff, die sind alle baugleich. Bei vielen, vielen anderen ist das ähnlich gelöst, sieht ein wenig anders aus. Dieses Magnetventil könnt ihr mit einem Multimeter testen. Dazu habe ich hier mal den anderen Anschluss. Das sind nur zwei Anschlüsse und hier schaut ihr mit einem Multimeter, ob ihr einen Widerstand messen könnt. Ist ein Widerstand messbar, ist dieser Aquastop noch in Ordnung, ist kein Widerstand messbar, ist dieser Aquastop defekt und ihr solltet den kompletten Zulaufschlauch austauschen. Bei manchen Herstellern gibt es diese Aquastops auch einzeln als Reparatursatz. Wenn das bei eurem Gerät zutrifft, schreibt mir einfach eine E-Mail. Ich suche euch dann gern das passende Ersatzteil heraus. Auch wie der Schlauch im Ganzen ausgetauscht wird, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Bei älteren Geschirrspülern von Bosch und Siemens gibt es eine andere Art des Wasserzulaufs. Das funktioniert über ein Gebergehäuse. Auch wie das funktioniert und welche Probleme es da geben kann, das würde ich euch ebenfalls noch mal in der Videobeschreibung verlinken. Dort kann es sein, dass die Mikroschalter am Gebergehäuse nicht mehr richtig arbeiten oder sogar der Mikroschalter defekt ist. Dann ist es natürlich logisch, dass das Gerät auch kein Wasser mehr nehmen kann, weil einfach die Elektronik die Impulse vom Gebergehäuse und von dem Mikroschalter nicht bekommt, das Wasser gezogen werden soll und deswegen würde das Gerät kein Wasser nehmen und ihr hättet den Fehler. Als nächste Besonderheit wären noch die Geräte von AEG. Dazu gehören auch noch Zopas, Zanker, Electrolux, Juno und auch teilweise die etwas älteren Geräte der Firma Privileg oder vielmehr der Marke Privileg. Privileg hat ja nicht selbst gebaut, die haben immer nur anfertigen lassen. Da gibt es noch, wie gesagt, diese Besonderheit, dass unten am Pumpentopf ein kleiner Sensor sitzt, der dem Wasserzulauf misst. Dieser Sensor hat in der Vergangenheit immer wieder Probleme bereitet, indem er verstopft war und dadurch die Wassermenge nicht ermittelt werden konnte und auch dann hat logischerweise das Gerät kein Wasser ziehen können. Da gibt es einen kleinen Umbausatz, auch das passende Video dazu würde ich euch wie immer noch mal in der Videobeschreibung verlinken. Das waren jetzt nun die häufigsten Fehler, warum ein Geschirrspüler kein Wasser mehr zieht. Es gibt noch ein paar andere Ursachen, die kommen aber eher selten vor. Wenn ich euch mit diesem Video nicht helfen konnte, schreibt mir in den Kommentaren unter das Video, was genau ihr für ein Problem habt oder was euer Gerät macht bzw. nicht macht. Ihr könnt mir auch sehr gerne eine E-Mail schreiben, dann helfe ich euch liebend gerne weiter, um euer Gerät wieder zum Laufen zu bekommen und wenn ich euch mit dem Video helfen konnte, würde es mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben geht oder meinen Kanal abonniert, bestenfalls natürlich beides. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.